Hallo, grüßt euch, hier ist Miss Mixi. Ich hätte gerne für euch heute was Leckeres gemacht und zwar einen Hefezopf bzw. einen Osterfladen bzw. mache ich einen kleinen Hefezopf und einen Osterfladen, weil der Osterfladen, da kommen nämlich noch so Rosinen rein. Meine Söhne und ich mögen die nicht, mein Mann steht total drauf, deswegen kriegt er einen kleinen Osterfladen mit Rosinen und wir einen Osterzopf ohne Rosinen. So, das Rezept habe ich aus dem Thermomix, aus dem bayerischen Kochbuch und zwar müssen wir da zuallererst ein sogenanntes Dampfpfeil machen und zwar brauchen wir dazu einen Würfel Hefe. Also schmeißen wir so einen ganzen Würfel hinein. Dann brauchen wir 100 Gramm Zahn und 100 Gramm Milch, 100 Gramm. Super, geht nicht raus, ziehe das Fett oben abgesetzt. Die Barzl schon wieder. 100 Gramm. Dann 100 Gramm Milch. Da können wir das aufhören, weil ich habe jetzt 105 gerade gehabt. Milchsahle Butter. 60 Gramm weiche Butter. Wir haben die immer in so einem Topf, dass sie in der Früh auch nicht so hart ist zum Schmieren. 60 Gramm, deswegen nehme ich die jetzt auch her, weil die quasi immer draußen steht. Die wird nur in so ein Wasserbad reingetunkt, dass sie nicht schlecht wird. 70 Gramm. Und Zucker. Da brauchen wir 90 Gramm. Ich nehme immer diesen normalen Rohrzucker, aber ihr könnt auch die ganz normalen, einfachen Zucker nehmen. Ich mag es halt lieber so. Dann brauchen wir noch die zwei Eier. Sie sind ganz grün. Und zwar ist das nicht, weil ich sie schon gefärbt habe, sondern weil es von sogenannten Grünlegern sind. Das sind so Hühner, die legen halt immer grüne Eier. Das ist halt praktisch. So Ostern muss man es nämlich nicht färben. Die Cousine von meinem Mann hat nämlich so eigene Hühner und die bringt mir so ganz leckere, frische Eier. Vielen Dank dafür, haben wir auf diesem Weg die Warte. So danach. Die Eier, die Hefe, Zitronenöl. Das habe ich jetzt nicht. Jetzt nehme ich einfach ein bisschen Zitronensaft. Ich hoffe mal, dass das genauso geht. Ein paar Tropfen. So. Und jetzt kommt das Ganze. Zwei Minuten. 37 Grad. Stufe 2. Das ist einfach ein schönes Dampfteil. Zwei Minuten. 37 Grad. Stufe 2. Bis gleich. So. Unser Dampferl ist fertig. Ja. Das ist jetzt gut. Das ist eine kreisige, so ein bisschen braune Suppe ist das geworden. Jetzt kommt da rein das Mehl. Ihr könnt Weizmehl nehmen. Ich nehme, wie ihr wisst, immer Dinkelmehl. Und zwar davon brauchen wir jetzt einen Pfund. Also 500 Grad. Und einen Teelöffel Salz. Und das Ganze wird jetzt dann auf der Kneteigstufe. Und dann wird er eine halbe Stunde im Topf gelassen, um dann zu gehen. Ja. Also. Wir sehen uns quasi in 33 Minuten wieder. Drei Minuten kneten. Halbe Stunde gehen lassen. Im Topf. Braucht ihr gar nicht raustun, sondern die lassen wir dann einfach schön im Topf gehen. Bis dann. Ciao. Der Teig hat jetzt drei Minuten geknetet. Jetzt wollte ich doch nochmal dazu schalten, weil ich habe mich jetzt doch nicht im Topf gehen lassen, was ohne weiteres möglich wäre. Der ist ja schön warm. Da würde er schön hochgehen. Ich nehme jetzt die Hälfte des Teiges raus, weil ich mache ja quasi einen mit Rosinen und die anderen ohne Rosinen. Deswegen tue ich jetzt die Hälfte des Teiges hier raus. Oder sogar vielleicht ein bisschen mehr. Und lasse die andere Hälfte da drin. Und gebe da jetzt die Rosinen noch dazu und mische die jetzt noch schnell unter. Ja. Dann sind die wenigstens auch schon mal im Teig drin. Dann brauche ich die nachher nicht mehr so arg durchkneten. Wenn der dann. So. Also so viel lasse ich jetzt noch drin. Da kommen jetzt die Rosinen dazu. Ähm. Ja. Bloß da gieße ich jetzt den Rum. Den habe ich jetzt wie in Rum eingelegt gehabt, die Rosinen. Und jetzt schmeiße ich jetzt dann einfach hier mit dazu. Den ganzen Rum kann ich natürlich nicht rein tun. Das wird mein Mann. Ja total betrunken. Wollen wir ja nicht. Passt. Also hier einfach so eine Handvoll Rosinen. Vorher ein bisschen Rum eingelegt. Und die mische ich jetzt noch mal. Knet ich jetzt noch mal so eine halbe Minute. Knet ich die jetzt noch mal unter. Und dann wird sie gut rein. Dann lasse ich die auch da drin. Mal schnell ausschalten. Dann lasse ich die auch da drin. Ähm. Den Teig da drin zu gehen. Und ja. Genau. Der andere geht da weiter. Okay. Bis gleich. So der Teig ist jetzt ein bisschen gegangen. Ich werde den jetzt hier mal auf meiner Backmatte ein bisschen noch rumkneten. Das kann ich eigentlich auch mal was anderes hier. Als nur so ein Wettbatton. Da habe ich ja alles da. So. Dann holen wir den mal hier raus. Den Teig. Blobbeln den mal so hin. Das ist kleberig. Das wird dann noch ein bisschen hin und her geknetet. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber es sieht noch besser. Dann mache ich einfach ein bisschen so. Dann ist das ausschaut wie so ein längliches Brot. Jetzt hier wie so ein kleiner. Ja. Also so ein, ja. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Einfach so ein längliches Brot. Dann tue ich das hier auf meinen Zauberstein drauf. Und mit dem anderen Teig. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich den vielleicht doch auch als Zopf mache. Das heißt, ich muss den erstmal in den Teig. Dann mache ich den Teigeteil. Sonst deckt der mir total fest. Und dann nochmal durchziehen. Eins, zwei, drei. Und dann natürlich hier noch in lange Würstelformen. Das sind so drei lange Stränge. So. Und dann machen wir da einen kleinen Zopf draus. Kleiner weiter zusammen. Schwupp, schwupp. Schwupp, 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 schwupp. So. Schaut doch ganz schön aus. Kommt hier auch auf meinen Zauberstein. Mit ein bisschen Abstand drauf. Weil ich hoffe, die gehen noch auf. Jetzt lassen wir die noch ein bisschen drauf. Und zwar noch so eine Viertelstunde ungefähr. Und dann schieben wir sie in den Ofen rein. Also ich habe jetzt den Stein. Von daher nehme ich jetzt 190 Grad. Im Rezept steht drin 175 Grad. Ober- und Unterhitze. Und ich lasse den jetzt bei 190 Grad. Und dann beobachte ich oder 185. Beobachte ich einfach. Und dann bleibt er eine halbe Stunde drin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. So, da schaut's her. Da ist der Zopf. Da ist der... Dieses Brot. Dieses Rosinenbrot. Also das muss ich jetzt sagen. Ich glaube, das nächste Mal muss ich das auch flechten. Weil das ist nicht so richtig toll aufgegangen. Der Zopf ist total schön aufgegangen. Beides werde ich jetzt noch ein bisschen mit so... Ich habe jetzt einfach nur einen Puderzucker geschneid gemacht. Und da ein bisschen Wasser drauf. Und jetzt ein bisschen mit Zuckerguss glasieren. Und dann werden wir es genießen. Morgen früh zum Frühstück. Vielleicht schon nachher ein bisschen ein Scheiberl abschneiden. Bestimmt auch ganz köstlich. So noch halb warm. Ich freue mich, dass ihr Zuflusser ertappt. Erwartet, dass ihr das nächste Mal wieder macht. Ich freue mich, wenn ihr mich auf Facebook besucht. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch ein Like. Oder einen netten Kommentar. Besucht mich auf Facebook Miss Mixi Zaubert. Oder die Gruppe Thermix Feature Pemper Chat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus. Euer Miss Mixi. Dorian. Ihr Lieber Appetit. Vielen Dank.